So, liebe Herren, alle wissen, wir haben uns hineingeschunkelt in diese Mensa-Sitzung und schon steht die Bütberei, die ich darf in den ersten Vortragenden ankündigen. Ums Wort gebeten hat ein Angestellter vom öffentlichen Dienst. Bitte sehr. Ich bin der Feldschütz Guckgenau, bin Mitglied in der ÖTV. Herr Klunger, mein Gewerkschaftsboss, der wirkt wie ein Dumm-Dumm-Geschoss. Wenn dem sein starker Arm des Will stehen, meue alle Räder still. Ob Omdibus, ob Müllabfuhr, wir hören auf sein Kommando nur und auch die deutsche Bundesbahn lässt ohne Klunger keinen fahren. Ich war ja erst im Baugewerbe, doch gibt's da heute nichts mehr zu erben, hab mir gedacht, Mensch, sei nicht dumm, guck dich mal woanders um. Die Stadt hat immer Posten frei. Für was bin ich in der Partei? Zumal mein Freund sein ältester Sohn viel Einfluss hat in der Fraktion. Und auch mein Vetter, Vincenz heißt er, der kegelt mit dem Bürgermeister. Ich selbst hab schon mit letzter Kraft bei manchem Stadtrat schwarz geschafft, sodass für mich nach meinem Verstand an sich nichts mehr im Wege stand, selbstlos und fleißig wie eine Biene der Stadt und so dem Staat zu diene. Am nächsten Ersten ging ich ran. Da war was los, mein lieber Mann. Ich ging zum Zwecke der Entfaltung als erstes auf die Stadtverwaltung. Auf Zimmer 1 sollte ich mich melden. Doch das war leer. Der Angestellte war außer Haus und an der Wand, da hing ein Schild. Auf jenem stand, wenn niemand in dem Zimmer hier, dann bitte melden, Zimmer 4. Ich renn auf 4, denk Gott sei Dank. Doch dieser Herr ist heute krank, sein Stellvertreter suspendiert. Der hat fürs Ausland spioniert, ins Nachbarzimmer hingeschossen und das ist Donnerstags geschlossen. Im ersten Stock im selben Haus war gerade die zweite Frühstückspause. Die Putzfrau Mohn, das Beste wäre, sie kommen morgen noch einmal her. Am nächsten Tag dann hat's geklappt. Ich habe großes Glück gehabt und treffe den Chef vom Personal. Ich denke, der Taus, Herr J. noch mal, du hier im Amt, du altes Loch. Mensch, Kumpel Schasch, dich kenn ich doch. Wir haben noch vor ein paar Jahren auf einer Baustelle Sand gefahren. Heid bist du Amtmann oder mehr, mein lieber Mann, Karriere, Karriere. Der Schasch, wie ich Parteigenosse, der hat mich nicht im Stich gelassen, hat mir als erstes ungeniert den Platz als Feldschitz offeriert. Du kriegst die Uniform gestellt und auch das Moped für ins Feld hat mich moralisch aufgebaut. Schreib jeden auf, der Äppel klaut, die Arbeitszeit von acht bis drei und Freitagsmittags hast du frei. Wenn Männer dann vielleicht auch Frauen ab Freitagsmittags etwas klauen, dann geht ich das, mein lieber Mann, tarifvertraglich nichts mehr an. Ich hab gedacht, hier greifst du zu, der Wintereber hast du Ruhe. Hab ich gedenkt, Herr J. verdäppel und dann, wer klaut im Wintereppel? Hab so die Jahreszeit genutzt. Mein Moped, Stückchen weiß geputzt, von neun zum acht bis mittags drei und bumms, schon war es wieder Mai. Nur einmal weiß ich, musste ich frieren. Ich musste raus zum Demonstrieren. Zwar wusste ich nicht, weshalb, warum. Mir war's egal, die Zeit ging rum. Ich frag erstaunt, Kollege Mauer, ist was passiert mit dem Beckenbauer? Ist was passiert mit dem Beckenbauer oder vielleicht mit dem Meiersepp? Da sagt er doch, du alter Depp, du Moped-Feldschitz ohne Hund. Es geht um unser 40 Stunden, um Urlaubsgeld und 11 Prozent. Da bin ich aber mitgerannt. Dank unserem Klunker, so zu sagen, haben wir den Sieg davongetragen und habe 11 Prozent errungen. Nur waren die Bäcker jetzt gezwungen und auch die Metzger ohne Frage, um den Prozentsatz aufzuschlagen. Selbst meine Gewerkschaft, ungelogen, ist mit ihrem Beitrag nachgezogen und hat aus Solidarität von 12 auf 15 Mark erhöht. Doch gibt's keinen Grund, dass einer schenkt. Das sind ja auch nur drei Prozent. Die Post, die Bahn von Haus aus schlau marschieren im Geist der ÖTV. Die städtischen Verkehrsbetriebe ziehen mit. Aus purer Nächstenliebe, auch ich persönlich bin so frei und trage auch mein Schärflein bei als ÖTV-Gewerkschaftstreuer. in Form von Lohn- und Kirchensteuer und frage mich dann zum dicke Ent, ei, wo sind Sie dann, mein 11 Prozent? Und frage mich dann zum dicke Ent, ja, wo sind Sie dann, mein 11 Prozent? Und heimlich sagt mir mein Gewisse, es ist besser in die Hohesgeschisse. Als Angestellter der Gemeinde, da schafft man sich natürlich Feinde. Weil meistens man auf Poste sitzt, wo doch ein Andern schon drauf spitzt. Ein Land schon, welchem Kindergeld. Wir sind auch sonst nicht schlecht gestellt, man kann uns auch nicht kündigen. Und wenn man noch so sündige, doch, ob Minister oder Schütz, man hockt halt auf dem Schleudersitz. Ganz je nachdem, wer gerade regiert. Die Sitzplätze sind auch nummeriert. Ganz vorne in der ersten Reihe sitzt die Elite der Partei. Die nächste Reihe festgeschlossen für ältere Parteigenosse. Ab Reihe 20 unterm Strich gibt's dann die Poste wie für mich. Das hat sein Vorteil, glaubt ihr Leute, man fliegt beim Schleudern nicht so weit. Zum Beispiel so ein Dezernent wird unter Umständen konsequent, wenn Seipartei die Wahl verliert, zum Straßenkehrer degradiert. Wenn allerdings beim nächsten Mal die Selbpartei gewinnt, er schleunigt sich vom Besen trennt und wird dann wieder Dezernent. Das wär so aus plausiblem Grund bei uns, beim Land und auch beim Bund. Doch ist mir oft schon aufgefallen, dass manche Leute sich scharfe hallen. Und mancher ist schon bös erschreckt, wie man seine Züchtung hat entdeckt. Doch meist hat der Erschrockene, sei Schäfsche längst im Trockene. Das wär so aus plausiblem Grund bei uns, beim Land und auch beim Bund. Und damit die Schafe trocken stehen, baut man einen Stall. Sehr oft am See. Der Gattersee hätt seinen Reiz. Man baut auch Schorfstelle in der Schweiz. In Skandinavien stellt man munter. Und auch in Spanien scharfe unter. So kann man, wenn man einmal müde, in aller Ruhe sei Schäfsche hüde. Denn jedem schlägt einmal die Stunde. Bei uns, beim Land und nach beim Bund. Bei uns natürlich hier am Ort gibt's sowas nicht. Darauf mein Wort, so wahr ich hier der Feldschitz bin. Und käme es einem in den Sinn, sich Schafe nebenher zu züchte. Dann tät ich das sofort berichte, ich tät es alle Leute verzähle. Tät ich das nächste Mal die anderen wähle. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die dann wirklich besser sind. Hello. Mein lieber nerviger Freund, du hast nicht nur da elf Prozent, sondern beim Vortrag hat er ein Schnorres verloren, hab ich gesehen. Ja, darf ich ihn hier vorstellen, unser aktiver Redner, Jochen Kunz. Lieber Jochen, nach deinem Gewerkschaftsvertrag hast du hier freitags mittags frei, schon um drei Uhr. Aber die Nachden haben ja noch keine Eische Gewerkschaft. Vielleicht kommt das auch noch. Deshalb bist du heute Abend hierher gekommen und hast uns diesen großartigen Vortrag gehalten. Dafür herzlichen Dank. Ich rufe dir zu. Auf Wiedersehen in der nächsten Kampagne. Jochen Kunz, auf Wiedersehen. Ich darf nun einen ganz besonderen Gruß von hier aus stiften. Und zwar begrüße ich sehr herzlich den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Herr Dr. Helmut Kohl. Herr Minister, Herr Präsident, ich habe Sie da unten gesucht direkt, aber Sie haben sich genau in die Mitte hineingesetzt, genau mittenau in die Rheinland-Pfälzer. Ich werde sagen, es ist auch der richtige Platz für einen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, den ich mich nächstes Jahr wieder hinsetze. So, und es geht gleich weiter. Nun kommt die gesungene Mänserfassenhacht. Es stehen vor der Tür die drei Maledos. Bitte schön. Einmal im Jahr, da wird ein Aufwasch gemacht, dass einem das Herz im Leibe lacht. Einmal im Jahr, da wird satirisch der Song, an Fassnacht, da gibt's kein Pardon. Da deckt mehr Uff, Schwindel und Bluff, was anderes legt uns sowieso nicht Uff. Und darum tun wir auch nunmehr, es kommt, es kommt kein Blatt uns vor den Mund. Mit Heidenitzka, da gehen wir ran und packen manches heiße Eisen an. Und sagt dann, wer's ist tun, verzeihlich, das ist zu rechts, zu links parteilich. Dann sagen wir, merkt ihr genau, auf dem Parteibuch, da steht heut nur Hello. Hello! Hier ist wieder der Freiheitssender Wurzenhofen am Pimstein mit der Sendung vom Telefon zum Mikrofon. Sie hören die Meldung, Bonn. Wie wir soeben aus dem bunten Wirtschaftsministerium erfahren, ist man dort trotz Steuerreform wohl auf. Man hofft, dass man die wirtschaftliche Situation bis zum Spätherbst begriffen hat. Entschuldigung, im Griff hat. Oh, Wirtschaftswunder, Herrlichkeit, wohin bist du entschwunden? Nie kehrst du wieder, goldene Zeit, voll Fett und Überstunden. Verklungen ist die Konjunktur und ringsum bleibt ein Jammer, nur was nötzen. Alle Sprüche führt schmal an zu unsere Küche. Er hat, was macht man nun? Schmücker, was ist zu tun? Wir fragen auch der Schillerkall, was macht man dann in so einem Fall? Sagt uns, was sollen wir tun? Wir hatten schon diverse Wirtschaftsminister aus SPD und CDU. Nun haben wir nen FDP-Mann des Wistern und hofften all auf Friedrichsruhe. Doch wieder haben wir den Salat, es hat nicht funktioniert. Was die mit ihrem Wunderstaat haben uns aufs Brot geschmiert. Von Wunder ist nun nichts mehr da, wir haben's schwarz auf weiß. Fürs Wunder zahlt ein jeder Jahr im Nachhinein den Preis. Weil dieser nicht grad niedrig ist, merkt manche Bürger schon, Es platzte nur mit kalten Frist unsere Wunder-Illusion. Sie hören die Meldung, München. Alfons Goppel betonte gestern, dass Franz Josef Strauß bei der nächsten Landtagswahl auch die 200% Hürde nehmen würde. Goppel berief sich dabei auf Hochrechnungen des Bayern-Kurier. Ja, da legst du nieder und stehst nimmer auf. Ja, da legst du nieder und stehst nimmer auf. Die Soxys haben nun den Beweis, in München wurde es klar, Der Vogel ist ein Kolibri, so klein und unscheinbar. Die CSU kann sicher sein, sogar in Münchenstadt, Dass die Partei mit ihrem Strauß den größten Vogel hat. Ja, da legst du nieder und stehst nimmer auf. Ja, da legst du nieder und stehst nimmer auf. Ja, hallo? Bitte? Nein, nächstes Jahr fällt die Sendung mit dem Telefon aus, ja? Wir haben dieses Jahr schon die Klingel gespart, ja? Richtig. Ortsspüren steigen auf 200 Makro-Einheit an, ja. Bitte? Nein, die sind nicht übergeschnappt, das liegt am Defizit. Und wie wir soeben aus dem bunten Postministerium erfahren, wird trotz Defizit die Anzahl der Beamten weiter steigen. Und zwar schneller weiter steigen, wie ihre Überflüssigkeit. Ein Hoch der Verwaltung aufgebläht bis zum Berste, fürs Heer der Beamten ist immer der Erste. Sie sind, wenn's ums Geld geht, alle zur Stelle und schöpfen im Stillen und voll aus der Quelle. Es stören kein Defizit und keine Kosten, Sie haben ja alle sehr sichere Posten. Denn hat wer versagt, tut man ihn nicht loben, man versetzt ihn sofort eine Stufe nach oben. So haben wir zwar wenig im Rang vom Inspektor, doch für jeden von ihnen den Regierungsdirektor und jedem Direktor zur persönlichen Ehre gehen zur Hand 20 Staatssekretäre zu koordinieren. Da haben wir das Wüste, pro Landesregier und noch ein Dutzend Minister. Damit doch jeder mal drankommt, der Land schon dabei ist und der vor allem auch in der Partei ist. Wechsel nicht ständig, denn es muss sich lohnen, nicht nur momentan, auch für die Pensionen. Und dafür sorgt, dass dies kein Geflunker neben Herrn Krause, ein Herr namens Klunker. Hoch die Tasse, hoch die Tasse, ÖTV ist Spitzenklasse! Ja, hallo, bitte, ja? Ach, guten Abend, Herr Ramsch, ja? Was? Sie wollen auch schnell zu Geld kommen? Gar kein Problem, da haben wir Mordstippsauflager. Jawohl, ob D-Mark, Schweizer Frank von Sterling, den besten Tipp gab uns Herr Gerling. Wir gründen eine neue Bank, bewerbt euch meine Herren, denn jeder, der ein Gauner ist, kann dort Direktor werden. Und fliegen krumme Dinge auf, dann wissen wir uns Rat, wir halten für den Ernstfall schon den Schuldigen parat. Eins, zwei, Dattel! Und zur schnelleren Ermittlung des Schuldigen haben wir auch ein kleines Abzählverschen bereit. Itche, ditche, pefferditche, itche, ditche aus, der Gerling, der hockt nicht im Kitsche, der hockt bald zu Haus. Itche, ditche, pefferditche, lachstet er ein Ast, wenn unser Einzelbrief mal klaut, dann kriegt der Zehn ja Knast. Ja, hallo? Ach, guten Abend, Frau Kohl. Ja, Frau Landesvater, ja. Bitte? Nein, ihr Gatte ist noch nicht zum Interview erschienen, nein. Dafür hat aber der Herr Strauß schon dreimal angehoben, ja. Er hat bereits all das dementiert, was ihr Mann noch gar nicht gesagt hat. Ja, aus Bayern hat Hünnes Wohlgesinnt Der Kohl muss wissen, wo seine Grenzen sind Doch von Felserwald bis Trier Hürten eine Antwort Wir, ja, die Antwort, die brachte uns der Wind Zieh den Kopf aus der Schlinge Helmut Kohl Bei den Gedanken an Strauß ist uns nicht wohl Zieh die drei Deifelser-Schwänzchen vor dem Bayerisch-Äppel-Renzchen Zieh den Kopf aus der Schlinge Helmut Kohl Ja, zieh den Kopf aus der Schlinge Helmut Kohl Sie hören die Meldung Bonn Seit dem 01.01.1975 müssen sämtliche Giftstoffe, die in unseren Lebensmitteln enthalten sind, auf den Verpackungen angegeben werden Dagegen legte der Verband der deutschen Nahrungsmittelindustrie Protest ein Er führte aus, dann müsse ja jeder kleine Kamembert in einem 10-Kilo-Eimer verpackt werden damit der ganze Text drauf ginge Eine solch... Eine solch große Verpackung täusche aber die Verbraucher denn es sei ja weiter nichts enthalten als Hexamentylen, Kapol, Tetra-Acetylphenol Multipapa-Hexamil, Plexipapa-Dynamit Tetro-Allergenamol, Schmefel-Saures-Bikabon Bisulfat und Karinat und dazu noch Tetramat Es reichen kleine Dosen da schon aus Fällt's auf die Hose, brennt das Lösch heraus Doch egal mit was man konservieren lässt Hauptsache ist der Hobel, rollt wenn ihr es fresst Und doch da ist noch mehr dabei Tetra-Acetyl-O3 Astro-Allergenamol, Tetrasaurus-Andrazid Benzosäure-Natrium, Ferro-Campulirium Mama-Hop-Sagladion und das Hunder-Fedriola Beigehalt von Autos und Gift von Industrie Die findet man im Essen so häufig wie noch nie Wir haben zwar Gesetze, jedoch Kontrolle fehlt Denn niemand kümmert sich darum, weil nur der Profit zählt Ja, Hexamentylenkerpol, Tetra-Acetylphenol Bultipapa-Hexamid, Blexipapa-Gynamid Denkst du allergenamol, Schwefelzauhaus-Pikabol Rieselfat und Karinat und dazu noch Tetramat Und wird verkrankt von diesem deutschen Schmaus Die Krankenkassenzahl, das reicht doch aus Die Chemie trifft sich in der deutschen Küche Auf dem Frühstisch, Mittags und dem Abendtisch Doch da kommt noch mehr dazu, eh du gehst zu Eberu Wasser ist das solch total voller Chlor und penetral Sehr klingende Suppen gibt's kaputt Bio-Sexisulfamid Hexamentylenbanol, Schwefelbeig und Pikabol Es reichen kleine Dusendaschen aus So füllen jedes deutsche Krankenhaus Doch egal ist da fast jegliche Protest Hauptsache ist der Rubelroll, wenn die es fresst Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unser Programm vom Telefon zu Mikrofon zu Ende Wir bedanken uns, dass Sie für den Querschnitt so gut gefolgt sind Und funken zurück in die Schalthäuser und rufen Ihnen zu Bleibt in Stimmung, bleibt in Schwung, denn wir sind nur einmal jung Es gibt hier auf dieser Welt nicht nur Sonnenschein Doch für uns soll jeder Tag so wie ein Sonntag sein Und zieht es einmal sehr nach Regen aus Dann feiern wir bei uns zum Haus Wir sind nur einmal jung Wir sind nur einmal jung Einmal im Leben Und darum feiern wir Die ganze Nacht Die ganze Nacht Wir sind nur noch einmal jung Wir sind nur einmal jung Und einmal im Leben Und darum lasst uns fröhlich sein und singen Bis der neue Tag erwartet Gute Freunde findet man Wir sind nur noch einmal jung Wir sind nur noch einmal jung Wir sind nur noch einmal jung Die ganze Nacht Die ganze Nacht Die ganze Nacht Die ganze Nacht Wir sind nur noch einmal jung Einmal im Leben Und darum feiern wir Und darum feiern wir Die ganze Nacht Die ganze Nacht Die ganze Nacht Die ganze Nacht Wir sind nur noch einmal jung Und einmal im Leben Und darum lasst uns fröhlich sein und singen Bis der neue Tag erwartet Und darum lasst uns fröhlich sein und singen Bis der neue Tag erwartet La 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 Meine lieben Nährische und Sanges Freunde Hier wollen wir Dank abstatten Den 3-Maledus Applaus Hätte sich der Herr Drecher gefreut, wir haben mal was Rotes auf der Bühne. Liebe Freunde, habt herzlichen Dank. Wir verabschieden uns von euch mit einem dreifach donnernden Hello! 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 Lothar Mohr, Gusti Becht und unser lieber Freund Bartsch. Auch die Namen sollen nicht vergessen werden. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Bitteschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017